Na ja. Hat was gebracht? Not really. Ist das hier mit Bass? Ich hab's gelebt. Ach, du hast die Kohle jetzt. Scheiße. Brauchst du die für den Move Ofen, ne? Für den Move, ne? Ja, ich komm gleich vorbei. Ich leg sie in den Ofen. Kalkofen. Anyone? Hm, das machen wir doch anders. Ich bin bei der Basis mal vorbei gelaufen, aber da war kein Eingang zu sehen. Hm, doch. Aber sicher. Ja, ich hab den ganzen Deck platziert. Hier, ja. Umdrehen. Ich weiß, ich weiß. Ich hab nur ne Facken geschrieben hier in der Gang. Und da warst du runterlassen. Auf jeden Fall das mal runterfallen. Ja. Okay, ich geh im Basis. Jo. U-Eingang. Andere Seite. Hm. Heimelig. Ja. Ja. Wortwörtlich. Jetzt ist es hier fast so wie zu Hause. Das sollte reichen. So. Wie viele Stacks hast du noch? Zwei. Naja, fast zwei. Ja, hau rauf. Hau hier einen rein. Und dann hast du noch, hab ich noch 15 Eisen hier. Das ist zu viel. Ja, dann hau den auch rein und darum haben wir das Gold rein. Oben oder unten? Oben kommt Gold, unten noch der eine Stack Eisen. Hast du noch Gold gefunden? Unterwegs? Habe ich nicht. Gut, dann. Schmeckt das mal so. Ach. So. Sieh alles. Okay, dann hab ich das. Mob Drops hab ich gar nicht mehr aus dem Leder. Urlaub Satze. Ich zeig mal alles wertvoll rein, was ich jetzt hier aufgetan hab. Wenn ich's nicht. Zeig rein. Das ist mein Ausbeut. Der unterhaltende 25 mitgebrachte Eisen. Hm. Und oh. Ein Boot. Ach ja. Das ist gut. Hey, schau mal wie viele Kills ich hab. Wie viele Referenzen wir all den Jahren schon über 69 gemacht haben. Ja, ich schätze mal so mindestens 69. Ach, Level 21 merke ich gerade. Wie viel Levelst du? 22. Cool, jo. So. Ich hab grad Minecraft Musik und ich schön. Schau mal oben rein. Ein Mann mit Stolz zündet mit Holz. Was kann ich denn hier noch rein nehmen? Ja, okay. 58 Eisen macht Gold. Spinni? Spinni! Hei, du hast ein Schwert im Kopf. So was hab ich noch gerne. Sag mal weißt du noch den Weg nach oben? Ich weiß einen Weg nach oben. Ja, da wird so ein Bereich, aber jetzt nicht, dass wir den jetzt noch suchen. Ich möchte nur noch ein bisschen abbauen. Oder möchtest du da schlaufen? ich weiß nicht, ob ich ihn bis nächstes Mal noch weiß Schreib ihn auf Das kann man ein SMS gehört Was? Ich hab ein SMS bekommen und ich hab mein Sound gehört Oh nein, du hast eine Voicemail Nein Morgen, viel Spaß beim Event Heute ist doch noch da, oder? Äh, ja Schreib trotzdem einfach mal Danke Ich muss eine Voicemail machen, jetzt hier noch so live im Let's Play Danke 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 Aber das Event ist am Samstag, nicht am Freitag Nicht? Heute ist Donnerstag Nicht? Nein So Da hast du eine Voicemail Weicemail Weicemail Ich hab hier den einen Warwurfstrom abgeschnitten Der hat mir schon die ganze Zeit Angst gemacht Sonst wenn sie bis nächstes Mal nicht weiß, dann graben wir ihn so Ich kann ihn noch schnell suchen Ja, vielleicht anschreiben oder mit Hasseltaste Ich hab Sandblöcke dabei, damit könntest du den markieren Ja, das geht Wollt haben habe ich auch mit Warte mal kurz Das ist das Dokument, ich sag mal, da war noch ein paar Rohstoffe Ja, dann mal finden Dann mal finden Fakten und so noch mal hier in Sandglock hin Ach die Spinner Weiß so welche Höhle wir eigentlich auch nie wirklich ganz richtig erkund haben den einen Minenschacht wo wir da waren und den Dungeon gefunden haben da waren wir ja noch auch noch nicht ganz ehrlich sind wir nur gegangen weil wir schon voll waren aber richtig 100%ig erkundet war der ja nicht Stimmt äh 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 Ah 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 Das ist jetzt da ohne Lapens und Diamanten bringt ziemlich viel XP Ach können Sie wissen Bis hier hoch Stoß mir ziemlich auf den Kopf hier. Wenn ich das nächste Mal, wenn ich 30 bin, schaue ich, das ist Spitzhack von Zauberern, ne, die Diamanten, ne? Dann haben wir einen... Lass die, dann sind wir auch richtig OP. Ah, soll ich mal leben. Alles okay bei dir? Ja, ja, ich bin nur verhungert gerade. Ah, okay. Hier war's mal nicht. Auch das ist ein Fortschritt, zu wissen, wenn man das mal nicht war. Hier auch nicht. Dann halte ich mich jetzt hoch, so. So sind gerade mal uns in der Basis in den Aufstieg. Machen wir mal. Ich weiß. Ja, klar, 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 klar. Meine Zuschauer, meine Zuschauer und Zuhörer, sie hören, wie Patrick mit sich selber spricht. Psst, Anna, helfe zu, helfe zu. Psst, Anna, helfe zu, helfe zu. Hier ist es aber dunkel, das kann ich... Du war Skelett. Fick dich. Stirb. Puh. Boah, meine Ohren musste haben. Wasserquelle gefunden. Wow. Ich habe einen Block abgebaut. Also, mehr oder weniger durch Zufall. Dann ist es aber nicht hier gewesen. Gregor, wo sind wir heruntergekommen? Pff, gee, I don't know. Toll. Hey, wir dürfen tunneln. Vielen Dank, ja, super Höhlen-Erkunde. Alter, ich bin in ein Loch gefallen, der weiß nicht mehr, wo es lang geht. Wie? Das war für mich alles Neuland. Let's play Minecraft, die Neuland-Episode. Und ich hatte so ein gutes Gefühl bei der Sache. So, wo wo kam ich denn hier? Okay. Meine, was ist aus? Was ist denn hier? Hier ist der Koppel. Boah, boah, boah. Ah, beim Deckenkoppel, ja, finde ich eventuell mal ein Stückchen weiter raus. Wenn du in deinem Deckenkoppel bist, musst du wieder ein bisschen weiter runter, bis du da so wieder obsidisch langläufst. Oh, hier waren wir. Mal. Das sind ziemlich viele coole Sachen, aber ich habe echt nicht Angst, da so reinzulaufen. Auch schon auch nicht mehr Angst in Minecraft. Das sind Black. Das sind Black. Das war irgendwie nach der größere Höhle durchgelaufen, also die es richtig groß war und da unten, in der Mitte lag so ein Kieshügel. Das, an einen Kieshügel kann ich mich nicht erinnern. Da sind nämlich ganz spärlich facken gesetzt und ich war das nicht. Ehrlich, was ich, du kennst mich, ich setze die Dinge immer ganz knapp. Ja. Gleich noch weiter auf einmal. Ja, das ist der Leck. Also, du weißt jetzt, du musst dich anhalten und die Dinger wieder, oh shit, meine Spitze, der ist bald down. Und ich wäre, glaube ich, ein Zom-Baby. Ich bin nicht weg. Ja, die finden, die kommen schon. Raus, 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 raus. Hopp. Hap se, Daisy. Ich glaube, ich bin in den Weg hinaus. Über die Kieshund oder so gar raus. Ich hab gesagt, boom. ich habe ein Handy gehört ich weiß ich habe es noch mit in der Aufnahme es war ja unprofessionell da ranzugehen ok ich mag ja schon war es hier? kannst du nicht downloaden hier war es ich habe es gefunden dann findest du auch zurück jein so kann ich nochmal Inventur machen boah 46 und nochmal 45 ok wir brauchen mal lange nicht mehr in der Höhle gehen wenn wir das alles karren können hier war es runter glaube ich an wir machen das war doch du 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 w Ich weiß nicht, dass alles ein bisschen creepier ist. Ich weiß nicht, was denn.